Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Dragonescape Runde mit Marcel, Florie, Leon und Giuliano. Gott dammit. Ich weiß, das beste kommt immer zum Schluss. Alter, ich kann das überhaupt nicht. Ja, wir haben uns halt überlegt, dass wir mal ne Runde Dragonescape zocken, weil wir waren gerade so ein bisschen, oh Gott, ja super, ich verkack schon wieder den ersten Sprung. Ich verkack auch, weil einfach alle in mir stehen. Dass wir mal ne Runde Dragonescape zocken, weil das passt so am besten mit so vielen und ja. Ich hab das noch nie gespielt. Wow, nein, ich bin gestorben, nein. Ich dachte gerade, Giuliano heult, aber das war glaube ich nur ein Lachen. Ja, hier bin ich im Baum, super. Hey Leute, ich baue euch Dinger hin, komm hier. Nein, ich bin runtergefahren, fuck. Hier, ich baue mit Schwamm, baue ich euch was. Ja, mit Rot, fuck. Scheiße. Hey, die haben das gepatcht, die Wichser. Früher konnte man in diesem Modus, wenn man tot ist, noch Sachen hinbauen. Ja, Lilo, du lebst doch noch. Ja. Ich bin wiederum. Ich schaffe, ich schaffe immer diesen ersten Absprung nicht, da über die Hecke. Ich schaffe das irgendwie nie. Na, verdammt. Du bist das Erste, Mann. Ne, nicht mehr lange. Oh, 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 der Drack konnte man näher. Ah, 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 verdammt. Ja, da war ich noch ein bisschen zu langsam. Jo. Vierter geworden. Ja, das war's dir wohl. Ey, Marcel war ja auch voll bald. Marcel. Ja. Bis vorhin bist du nur gekommen. Zum Slender. Also ich hätte es weiter geschafft, allerdings kam eine Drache mir dann zuvor und hat mich dann gefickt. Dann hat mich dann gefickt. Schade. Schade. Ja. Und hat mich dann gefickt. Okay, noch eine Runde, oder? Ja. Ich hab immer, ich hab manchmal echt, wenn wir uns so angehen, Marcel, da hab ich echt das Gefühl, wir sind schwul, ey. Wenn wir mal wieder so, weißt du, wenn wir wieder so unsere typische Phase haben, so. Soll ich mal das und das machen? Und dann, weißt du? Ja. Ja, geil, jetzt war das eh noch so. Äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mal Doris in eine Kuh stecken. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mal Doris in Marcel stecken. Schreib doch mal in die Kommentare, ob ich dir diese Rose schenken soll. Dann wirft ihr mir die Rose zu. Das ist doch richtig gay. Für die Gay-Runde, Alter. Muss man auch noch mal wiederholen auf dem Hype-Server oder so, ne? Ja, wirklich. Survive Games Drücken. Ja, das ist so ne schöne Gay-Runde. Survive Mente. Was zur Hölle? Ah, Patrick, ich liebe dich. Und ich liebe Marcel. Ich lieb Toast, Brot. Oh nein, nicht die. Mepp bau dich auf, bau dich auf. Du blattst der Dragon. Was? Ich hab'n noch nie gespielt. Doch, ich schon. Au, ich hab'n einfach nichts gesehen, weil alle Leute... Ich hab'n einfach mal am Anfang runter geflogen. Ja, ich auch. Scheiße. Ich hasse es, wenn Leute in mir mit drin stehen. In mir. Ich bin voll konzentriert. Nein, oh fuck. Das war natürlich behindert. Was war das denn? Ziemlich schade. Oh Junge, wer ist denn das da hinten, Alter? Donner die Dante. Wo ist Marcel? Marcel ist wieder dort. Oh Marcel, Marcel. Ich hab' meinen Arsch, Alter. Ach, scheiße. Das war einfach cool, ey. Das ist er. Uhuh. Steht noch. Uhuh. Das war einfach cool, ey. Der Draffer und alles weg, und wer steht noch? Marcel. Todetante, den kenn' ich irgendwoher. Nö, ich nicht. Wo ist denn der jetzt, Alter? Woher kenn' ich den? Boah, schon da oben. Alter Schwede, guck mal, wie weit der schon ist. Kann man Minecraft mit, kann man Minecraft mit Controller spielen? Ja. Echt? Ja. Brauchst du ein Programm für, nennt sich X-Padder. Damit kannst du die Tastatur und Maus auf den Controller übertragen. Damit kannst du jedes Spiel mit Controller spielen. Loll. Kannst du nicht alles geben? Geil. Das hab' ich schon, das Programm. Jo, ja, Marcel, du kennst ihn anscheinend, ne? Nö. Ja, er hat gerade geschrieben, äh, hi Marcel, Torte Tante. Ach so, ja. Ja, ja, ja. Ach, Torte Tante. Oh, scheiße, ey. Da hab' ich nur was geschrieben. Torte Tante. Das hab' ich geschrieben. Das hab' ich geschrieben hab'. Ja, was denn? Ja, hab' ich gelesen. Ja. Immortal Killahadi. How about, you get a life and some pussy? Ah, Skylands wieder, nächste Map. Hör' mal Marcel. Ja. Ja. Was hältst'n davon, wenn wir uns einfach mal fisten. Puh, ach. Wir pinseln, Alter. Hm? Wir pinseln. Boah. Oh, Jesus. Schleck mal. Was war jetzt eigentlich? Ach ne, warte, dann schreib' ich dir nachher, Mozart. Shit. Oh, man. Hint schon schreiben. Ah. Ah, nein. Bin tot. Du hast aber lang geschafft. Ich komm' über die Hecke nicht. Ich schaff's nie da rüber. Ja, das ist natürlich dann voll. Nein, scheiße. Fuck, schade. Bleib nochmal bei dieser scheiß Hecke hängen. Oh, kacke. Verdammt. Scheiße. Scheiße. Nein. Scheiße. Nein. Oh mein Gott. Jetzt komm' ich schon, Mann. Ich muss mich beulen. Nein, komm' nicht. Ich war doch vorhin noch so gut. Und jetzt klappt nix. Scheiße. Ich kann nicht mehr warten. Was? Ja, jetzt krieg' ich Copyright Strike. Ja, jetzt krieg' ich Copyright Strike. Ja, ich kann nicht mehr warten. Was? Jetzt krieg' ich Copyright Strike wegen dir. Was? Du laberst. Ja. Das wird, das wird, man wird gestrikt, wenn man das covert. Halt die Scheiße. Was für die Scheiße laberst den ganzen Tag, ey. Ja, ist so. Ich geb' dir auch gleich, ist so. Junge, jetzt hat's geleckt. Ah, aber mir lag's schon die ganze Zeit, Alter. Ich kann noch nix machen. Du bist halt voll lecky, Alter. Wieso hat's denn jetzt geleckt? Ich hab doch jetzt noch meine Steam-Downloads beendet. Guck, der Animated geht ab. Ja, der geht echt ab. Aber er hat's nicht geschafft. Es geht stopp. Hä? Oh, ich dachte grad Marcel wär' letzter geworden, aber... Wardo. Hä, der Drache fliegt einfach weiter. Alter. Er gibt nicht auf. Ja, warum soll er denn nicht weiterfliegen? Ja, warum soll er weiterfliegen? Warum nicht? Warum schon? Was gibst du mir für'n Grund, hey, Alter? Ja, vielleicht hat sich da noch irgendein Buschmensch versteckt, der ganz am Ende sitzt. Du bist auch ein Buschmensch, der ganz hinten sitzt. Ja. Du bist der größte Buschmensch. Okay, jetzt spielen wir noch einmal die Höllen-Map und dann war's das auch wieder. Ja, passt, ne. Genug gewesen. Okay. Okay. Schade, hätte gern mehr mit euch gespielt. Nein, nein. Spiel gern ja Nippeln rum. Einfach mal. Ja, da kannst du... Marcel dient dir damit gerne. Also der... Bitte einen weiblichen Nippel. Ey, Marcel ist weiblich. Hört man noch an seiner Stimme, oder nicht? Nein. Ach so. Okay. Ein sehr... Ein sehr weibliches Geschöpf ist er. Er ist hier. Sorry. Ich finde Marcel ist weiblich. Ja, wir haben uns auch schon mal getroffen und, äh, ja. Marcel, ich möchte mit dir poppen. Piep. Ja. Oh Mann. Patrick antwortet einfach für ihn. Ey, das war Marcel. Ey, das war Marcel. Nein, nein. Das war Patrick. Nein, das war Marcel. Lüge mich nicht an. Lüge mich nicht an. Lüge mich nicht an, du häsliger. Oh Mann, wie geil war das denn jetzt, Alter. Oh ja, geil, ne. Ich hab's wahrscheinlich ewig, ja. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde sterben. Ich seh nichts. Nein, nein. Ich bin gestorben. Nein, nein, nein. Das ist auch wieder Bullshit, Mann. Nein. Ich bin wegen Flammen gestorben. Ich war ganz oben auf dem Turm schon, ne. Oh nein, mein Klumander hat dich getötet mit deinem Blumenwurf. Ich hab die Mega-Abkürzung von Zombay geschafft. Jo, von Zombay, du Arsch. Über das ganze Haus da und dann bin ich gestorben, weil ich... Was passiert eigentlich in dem Höllen-Turm, ja? Was? Was passiert bei dem Nether-Portal hier? Oh, scheiße. Dann kommt Marcel durch das Portal, also wenn du dich da reinstellst, dann kommt Marcel und dann gibt's die Faust in den Arsch. Ey, cool. Komm mal in dieses Höllen-Portal. Marcel, da bist du dann in diesem einen Ding drin. Da bist du in dieser einen Welt dann... Also in der anderen Welt von Dragon Escape. Ja? Na gut, dann gehen wir mal da rein, ne. Torte, Morte, Horte, Eskorte. Geh ins Höllen-Portal schnell. Ey, ich werd hier gar nicht weg-teleportiert. Wo bist du? Ha, ich hab dich verarscht, ha. Eltere Torte-Tante ist ja gut, ne, Marcel? Ja. Lass mal mit dem zusammen aufnehmen, irgendwann. Macht der überhaupt YouTube-Videos oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist, glaub ich, ein Zuschauer. Ach, ist ja auch scheiße. Egal, irgendwann, irgendwann lade ich den nur ein. Und dann machen wir was zusammen. Okay. Benuko noch. Ja, das war dann genug. Kommt nochmal alle her jetzt zu dem Select-Team, zu dem gelben Schaf. Dann stellen wir uns vor dem gelben Schaf auf. Alle in der Warenreihe. Noch eine Runde. Nein, wir zocken jetzt nichts mehr, Giuliano. Also, ich will sagen, das war's dann von uns allen, von dem lieben Marcel. Hi. Giuliano. Hi. Richard, ach nee, Flori. Richard. Er heißt Richard. Und Richard. Und Richard. Richard, du musst auch noch was sagen. Richard, bitte melde dich. Ach, da kommt der Richard. Torte-Tante. Ja, Torte-Tante heißt Richard. Wie er sich einfach dazustellt, weißt du? Voll cool. Also, wir sagen dann, tschau von uns allen. Falls es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und tschau. Und bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.